Eine neue Form der Demokratie ist eine Demokratie, die zuhört, die das Auge öffnet und das Ohr öffnet und hört, was wollen denn die Völker wirklich. Das müssen wir dann als Demokratien vorwärts bringen. Das Ohr ist offen. Gewalt bringt Gewalt. Gewaltlos kann man handeln. Und wenn man handelt und sich zusammensetzt und vorwärts geht, dann braucht man keine Gewalt mehr. Das ist die Welt von morgen. Das wünsche ich unseren Jugendlichen. Sie wollen keine Gewalt. Sie wollen klug und vorwärts.